Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal eine Sonderausgabe zum Linux Presentation Day bzw. zu unserem YouTuber Linux Tag. Da geht es darum, dass verschiedene YouTuber was zeigen, was für Einsteiger und Umsteiger auf Linux interessant sein könnte. Und ich zeige euch, wie ihr ins Linux Gaming einsteigen könnt. Und ich zeige euch, wie ihr habt. Und ich zeige euch, wie ihr habt. Und ich zeige euch, wie ihr habt. Erstmal grundlegend ein bisschen zu diesem Video. Also wie ich schon gesagt habe, da sind verschiedene YouTuber, die was dazu machen, zu verschiedenen Einsteiger Themen. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt für den Linux Presentation Day bzw. unseren YouTuber Linux Tag. Wir haben eine Projektseite, wo alle Beiträge zu finden sind. Das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also guckt auch gerne mal bei den anderen vorbei. Dann was zu meinem Kanal. Bei mir ist es immer so, dass unten in der Beschreibung drin steht, welche Folien ich zeige. Da gibt es einen Link dazu. Und da findet ihr dann genau das, was ihr hier seht. Unter meiner Seite weisheit.goeshabermann.de findet ihr alle Folgen, alle Informationen zu den einzelnen Folgen, die Folien usw. usf. Also guckt da auch mal vorbei. Wenn ihr jetzt ganz neu sein solltet bei Linux oder überlegt, ob ihr mal Linux ausprobieren sollt, da werdet ihr vielleicht erschlagen von ganz vielen Informationen, solche Begriffe wie Distribution, Desktop usw. Also so Dinge, die man bei anderen Betriebssystemen nicht kennt. Da gibt es sehr viel zu wissen und zu entdecken. Eine Distribution ist erstmal eine Zusammenstellung von Software, die so aufbereitet wird, dass man sie einfach installieren kann. Also dass man sich damit einen USB-Stick vorbereitet und einen Rechner davon bootet und ein Linux-Betriebssystem installiert. Es gibt relativ viele von den Distributionen. Einige sind größer, andere sind kleiner. Einige haben spezielle Ziele, was sie damit erreichen wollen. Und es gibt auch sehr generelle Distributionen, die für quasi alles zu benutzen sind. Als Empfehlung habe ich für euch, dass ihr Linux Mint verwendet. Das aus folgenden Gründen. Diese Distribution ist weit verbreitet. Also wenn ihr irgendein Problem damit haben solltet, findet ihr höchstwahrscheinlich irgendjemand, der euch helfen kann. Das Ganze basiert wiederum auf Ubuntu. Das ist eine andere Distribution, die sehr weit verbreitet ist. Also von daher ist die Möglichkeit, dass ihr Leute findet, die euch helfen können, nochmal deutlich größer. Oder dass andere Leute schon mal Probleme auf andere Art und Weise gelöst haben. Also dass es für euch quasi eine fertige Lösung gibt. Von daher gibt es sogenannte Communities. Also Gemeinschaften, wo sich Menschen untereinander austauschen und sich gegenseitig Tipps geben. Da gibt es hier verschiedene Anlaufstellen, die ich vor euch mal rausgesucht habe. Also es gibt einmal Forums Linux Mint.com. Das Ganze ist direkt für Linux Mint. Wenn ihr was Deutsches bevorzugt, könnt ihr forum.ubuntu-users.de nehmen. Richtet sich eigentlich an Ubuntu-Benutzer, wie der Name schon sagt. Aber da es eine sehr große Schnittmenge zwischen Linux Mint und Ubuntu gibt, könnt ihr da auch eure Fragen stellen und bekommt höchstwahrscheinlich eine Antwort. Ganz allgemein ist das Forum von Linux Guides. Dort unter forum.linuxguides könnt ihr eure Fragen stellen. Das ist deutschsprachig für alle möglichen Distributionen und da könnt ihr eure Fragen loswerden. Beim Linux Mint gibt es drei Geschmacksrichtungen. Letztendlich ist es für euch quasi eine optische Sache. Die sehen alle relativ ähnlich aus. Ein bisschen technisch sind sie anders, aber ihr könnt mit jedem Desktop, mit jeder Edition genau dasselbe machen. Es gibt einmal die Cinnamon Edition, Mate und XFCE. Wenn ihr keine Ahnung habt, würde ich einfach sagen, ihr nehmt XFCE. Das ist relativ genügsam. Also es geht nicht so viel Systemleistung verloren für irgendwelche Grafikeffekte, die ihr vielleicht lieber für die Spiele haben wollt. Dass es dort ein bisschen flüssiger läuft. Aber alles andere ist auch quasi kein Beinbruch. Könnt ihr so und so machen. Aber wenn ihr keine Ahnung habt, nehmt einfach XFCE und damit seid ihr durch. Eine andere Baustelle sind Grafiktreiber. Wenn ihr eine AMD Grafikkarte habt, also entweder integriert in der CPU oder eine gesteckte Grafikkarte, also eine Grafikkarte als solches, sodass ihr wirklich ein Bauteil dafür habt, dann werdet ihr normalerweise keine Treiber dafür brauchen. Denn die sind schon in Linux bzw. in der Linux Mint Distribution integriert. Genauso sieht es auch bei Intel aus. Da müsst ihr normalerweise auch nichts tun. Das ist auch alles schon mit drin. Bei Nvidia Grafikkarten sieht es ein bisschen anders aus. Also es ist zwar ein Grafiktreiber installiert, der grundlegende Dinge auch kann. Also ihr werdet ein Bild bekommen, aber die 3D Beschleunigung ist jetzt nicht so super. Und wer sich eine Nvidia Grafikkarte gekauft hat, kauft sie höchstwahrscheinlich dafür, dass sie auch richtig Leistung bringt. Ansonsten wäre es auch eine richtige Geldverschwendung. Dafür muss man noch ein paar Treiber nachinstallieren. Ist aber auch jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Ich zeige euch das mal eben. Das hier ist der Desktop, den ihr nach dem ersten Einloggen seht. Da gibt es so einen Willkommensdialog. Und da kann man jetzt sagen, los geht's. Dann gibt es hier erste Schritte. Da kann man noch ein bisschen was einrichten. Das Ganze noch farbig ein bisschen umarbeiten, wie man es gerne haben möchte. Es ist erstmal so ein bisschen schwarz-düster. Wer es mag, kann es nehmen. Wer andere Farben bevorzugt, nimmt was anderes. Überhaupt kein Problem. Dann Systemschnappschüsse. Backups sind immer eine tolle Sache. Solltet ihr auch machen. Aber darum geht es hier im Moment nicht. Interessanter ist die Treiberverwaltung. Da kann man nämlich Treiber nachinstallieren. Ich gehe hier auf Starten. Und dann wird erstmal geguckt, ob es aktualisierte Treiber gibt. Also die ganzen Softwarepakete, Treiber und so weiter werden aus dem Internet runtergeladen. Und dann guckt er erstmal nach, welche aktuellen Treiber gibt es jetzt. Ja, in diesem System habe ich eine GeForce RTX 3060 Mobile. Und aktuell ist ein freier, ein quelloffener Treiber vorinstalliert. Der reicht aus, um ein paar bunte Bilder auf dem Bildschirm zu zaubern. Und vielleicht einfachere 3D-Anwendungen laufen zu lassen. Wer jetzt so eine Nvidia-Grafikkarte kauft, kauft sie wahrscheinlich, damit sie ordentlich 3D-Leistung bringt. Von daher brauchen wir noch den, ja, nicht freien Nvidia-Treiber. Da gehen wir hier drauf, auf das Erste, da steht Empfohlen drauf. Das sollte normalerweise zur Grafikkarte passen. Und unten auf Änderungen anwenden. Dann müssen wir noch das Passwort für den aktuellen Benutzer eingeben. Und wenn ich mich nicht verschrieben habe, klappt das auch. Der Treiber wird runtergeladen. Der ist auch ein bisschen größer bei Nvidia. Und dann wird der installiert. Und hinterher machen wir noch einen Neustart. Und dann sollte alles soweit funktionieren. Die Treiber-Installation ist jetzt quasi auf der Zielgeraden. Also da fehlt nicht mehr so viel. Aber wie woanders auch. Also dieses letzte bisschen, das dauert immer so ein bisschen länger. Hm. Die Installation von dem Treiber ist jetzt auch wirklich durch. Und als nächstes muss ich den Rechner einmal neu starten, damit die Treiber auch wirklich geladen werden. Also dieser freie Treiber, der ja immer noch im System drin ist, der muss quasi da erstmal rausfliegen. Und der richtige Nvidia-Treiber soll wirklich geladen werden. Und damit wir wirklich alles damit können, was diese Grafikkarte auch kann. Also auf Neustart klicken und neu starten. Dann habe ich auch hier im Startmenü, wenn ich dann mal NV, NV reicht auch schon. Dann kriege ich hier Nvidia X Server Settings. Dann habe ich hier noch so eine kleine Oberfläche dazu, wo ich so ein bisschen noch was einstellen kann. Das ist nicht wahnsinnig viel. Normalerweise braucht man auch gar nichts einzustellen. Da steht dann drin, was ich finde, ja, GPU da drin habe, wie viel Arbeitsspeicher die hat. Und ja, wie warm die gerade ist. Und ja, ein paar Sachen kann ich noch einstellen. Und hier die Prime Profiles. Da kann ich festlegen, ob die Intel-Grafikkarte oder die Nvidia-Grafikkarte verwendet werden soll. In meinem Notebook habe ich zwei drin. Die Nvidia-Grafikkarte braucht deutlich mehr Strom, hat aber auch mehr Leistung. Also an sich soll es so sein, dass hier On-Demand, also immer wenn die Nvidia-Grafikkarte gebraucht wird, also für richtig viel 3D-Leistung, dass sie sofort einspringen soll, wenn das Ganze nicht funktioniert. Also, dass die Intel-Grafikkarte weiterhin aktiv bleibt, dass irgendwelche 3D-Spiele ruckeln oder so, dann könnt ihr auch sagen, ja, Nvidia Performance Mode. Dann läuft das System die ganze Zeit über die Nvidia-Grafikkarte auf Volldampf. Also verbraucht eigentlich mehr Strom, als es sein müsste. Aber dafür habt ihr auch wirklich die volle 3D-Leistung. Und wenn das funktioniert, dann lasst ihr es einfach bei dem On-Demand. Irgendwann kommt aufs Spiel darauf an, ob das richtig erkannt wird oder nicht. Überwiegend funktioniert es, aber es gibt ein paar Sachen, wo es halt leider nicht geht. Nachdem wir jetzt einen Grafiktreiber installiert haben, beziehungsweise damit zufrieden sind, was schon von vornherein installiert ist, wenn ihr eine AMD- oder Intel-Grafikkarte habt, dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Spiele, denn ohne Spiele kann man nichts spielen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal native Linux-Spiele. Da finden sich einige im Paketmanager. Das ist quasi so dieser App-Shop oder wie auch immer man das nennen möchte, von einem Linux-System. Da sind sehr viele Spiele schon mal mit bei, also freie Spiele. Die sind mehr oder weniger gut, aber da ist eine Menge bei, damit man sich schon mal die Zeit vertreiben kann. Wenn das nicht reichen sollte, gibt es FlatHub. Das ist quasi, ich nenne das jetzt auch mal App-Shop. Da könnt ihr auch weitere Software nachinstallieren und da gibt es auch eine Kategorie mit Spielen. Die könnt ihr installieren und nutzen. Dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, sowas wie Epic, Steam, GOG oder auch die Homepage des jeweiligen Spiels oder des Anbieters oder sowas wie Humble Bundle. Viele von den Spielen werden allerdings bloß für Windows rausgebracht, hat eine größere Verbreitung, aber das ist insgesamt kein Beinbruch, denn viele von diesen Windows-Spielen kann man auch unter Linux laufen lassen. Da gibt es so eine Emulationsschicht, die dafür sorgt, dass sich das Spiel wirklich zu Hause fühlt, dass es meint, es läuft auf dem Windows, obwohl es auch auf dem Linux läuft. Das funktioniert für diese ganzen Epic-Spiele, die es eben bloß für Windows gibt. Also die haben keine Linux-Spiele. Dann gibt es quasi die gemischtwaren Läden, wo es teilweise Windows- und Linux-Spiele gibt. Also bei Steam gibt es einige Sachen, die nativ unter Linux laufen und andere laufen bloß unter Windows. Kriegt man auch überwiegend zum Laufen, wenn es Windows-Titel sind. Bei GOG ist es ähnlich, bei Good Old Games. Der Vorteil an den Spielen dort ist, dass die DRM-frei sind. Also ihr könnt Installationsprogramme runterladen und wenn GOG mal pleite sein sollte oder irgendjemand anders, habt ihr es immer noch zu Hause. Ihr könnt es installieren. Finde ich eine nette Sache. Und wenn ihr Geld ausgeben wollt, würde ich euch empfehlen, dass ihr darauf achtet, dass es DRM-frei ist. Ja, denn von der Homepage des jeweiligen Herstellers oder Spiels könnt ihr einige Spiele runterladen, die zum Beispiel als App-Image verfügbar gemacht werden. Das ist letztendlich eine Datei, wo alles drin ist. Also das ist eine ausführbare Datei und dort gibt es auch die ganzen einzelnen Bestandteile von dem Spiel, also Grafiken, Musik, Sounds und so was. Das ist da alles mit drin. In so einem, ja, Image. Also in einem App-Image. So heißt das Format. Ja, und bei Humble Bundle kriegt ihr auch teilweise DRM-freie Linux-Spiele. Ja, dann noch ein Tipp am Ende. Ihr könnt bei Epic jede Woche ein bis zwei Spiele gratis mit dazukriegen zu eurem, ja, Account. Die müsst ihr dann, ja, quasi mit einsacken. Also ihr müsst euch da jede Woche einmal einloggen. Donnerstags ist das üblicherweise. Und dann könnt ihr sagen, ja, das Spiel will ich zu meiner Bibliothek dazu haben. Und diese Spiele sind von sehr, sagen wir mal, unterschiedlicher Qualität. Also teilweise weiß man wirklich, warum es die mal gratis gibt. Also die sind wirklich nicht so toll. Aber es gibt auch andere Spiele, die da kostenlos sind, die verschenkt werden, die durchaus ganz nett sind. Also nehmt das einfach mit, wenn ihr sowieso Epic haben wollt. Damit ihr Windows-Spiele laufen lassen könnt, gibt es Wine, so heißt das Ganze. Das ist quasi so eine Laufzeitumgebung, die ein Windows vorgaukelt. Damit das für euch noch ein bisschen einfacher ist, gibt es verschiedene Startprogramme, die auch gleichzeitig noch die Shops von Anbietern mit einbinden. Was ich euch empfehlen würde, ist der Heroic Games Launcher. Da unterstützt einmal den GOG und den Epic Shop. Das Ganze in der netten Oberfläche. Und das sorgt auch dafür, dass das Spiel runtergeladen, installiert und richtig eingerichtet wird, sodass es sehr höchstwahrscheinlich auch unter Linux läuft. Wenn ihr vorab gucken möchtet, ob ein Spiel läuft oder irgendwie einen Tipp dafür haben wollt, wie man es vielleicht doch zum Laufen kriegt, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, könnt ihr in der Wine Application Database unter dieser URL mal nachgucken, einfach Titel eingeben und da findet ihr üblicherweise so eine Bewertung zwischen das ist Platinum, das funktioniert super oder bis zu Abfall, das läuft gar nicht. Ähnlich ist ProtonDB. Das ist theoretisch bloß für die Spiele, die bei Steam veröffentlicht werden. Aber ansonsten geht es auch für andere Plattformen. Also da kann man ganz grob gucken, ob das funktionieren wird oder nicht. Und ansonsten habt ihr auch bei diesen Shops normalerweise so ein Rückgabe-Recht und wenn das nicht unter Linux laufen sollte, dann gibt es einfach zurück. Gucken wir mal von Haus aus, was das Linux Mint schon so als Spielen mitbringt beziehungsweise was man so nachinstallieren kann. Hier gibt es diese Anwendungsverwaltung. Einfach mal draufklicken und dann wird wiederum im Internet nachgeguckt, welche Pakete gibt es. Da wird eine Liste runtergeladen, so eine ganze Datenbank. Das dauert immer ein bisschen, wenn das letzte Mal aktualisieren schon wieder eine gewisse Zeit her ist. Das wird so zyklisch mal wieder aktualisiert, wenn ihr diese Anwendungsverwaltung öffnet. Wenn ich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen größer mache, dann habe ich hier verschiedene Programme, die mir einfach schon mal vorgeschlagen werden. Hier gibt es auch den Steam Client, den ihr installieren könnt. Oder ja, schon ein paar Spiele, die haben es auf diese Startseite quasi geschafft. T-Worlds, ein onlinefähiger 2D-Shooter für mehrere Spieler. Oder falls ihr alte DOS-Spiele von früher noch habt, gibt es auch DOS-Box. Damit könnt ihr DOS-Spiele laufen lassen auf aktueller Hardware. Wenn wir jetzt noch einen Blick werfen in die Spiele-Kategorie, da haben wir noch viel, viel mehr. Das können wir alles installieren. Und da gibt es schon mal eine ganze Menge. Teilweise mit Bildchen dabei, teilweise nicht. Oder wenn ihr genau wisst, was ihr haben möchtet, könnt ihr oben auch was eingeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 0 AD haben möchte, das ist ein Echtzeitstrategiespiel für antike Kriegsführung, so heißt es. Und das ist schon mal sehr, sehr nett anzusehen. Und da kann man sehr viele Stunden in Echtzeitstrategie, ja, in der Antike drauf verwenden. Kann man auch übers Netzwerk oder auch übers Internet mit mehreren Leuten spielen oder über den Computer. Also wenn ihr sowas möchtet, dann installiert ihr das einfach über Installieren. Und ansonsten könnt ihr auch weiter hier rumstöbern, was es sonst noch alles in dieser Spiele-Abteilung gibt. Das sind quasi die Spiele, die von Linux Mint nativ mit dazukommen. Wenn wir jetzt einmal zurückgehen und hier auf Flatpack draufgehen, da haben wir auch noch mal einige Sachen mit dazu. Das sind die, die nicht unbedingt bei Linux Mint mit dabei sind, die man aber auch einfach mit dazu installieren kann. Hier steht unten FlatHub dabei. Das ist quasi so ein, ich sage mal wieder App-Shop. Da kann man Dinge runterladen und das ist hier auch direkt integriert in die Anwendungsverwaltung. Da habt ihr 0AD auch wieder drin. Bei Dingen, die es hier direkt als FlatHub-Paket oder als dieses Flatpack-Paket gibt, kann es sein, dass diese Sachen deutlich neuer sind als das, was über Linux Mint ausgeliefert wird. Also es kann sein, dass ihr denn eine neuere 0AD-Version findet, die ihr vielleicht eher installieren möchtet, weil die irgendwelche tollen neuen Grafikeffekte, Einheiten oder sonst irgendwas bietet, was die Version, die unter Linux Mint noch nicht drin hat. Also von daher, guckt da auch mal hin und wieder vorbei. Vielleicht findet ihr da das eine oder andere, was ganz interessant ist. Wenn wir jetzt den Bereich der freien Spiele verlassen möchten, können wir das natürlich auch. Da würde ich euch den Heroic Games Launcher empfehlen. Also Heroic Games Launcher.com Da habt ihr so eine Oberfläche, mit der ihr eure Spiele runterladen und den Shop besuchen könnt, Dinge kaufen könnt und das Ganze in einer praktischen Oberfläche. Da geht ihr auf Download und dann hier App-Image. Ihr könnt auch Flatpack nehmen. Ich nehme immer lieber dieses App-Image und dann ein bisschen runter, einmal auf den Link hier drauf. Dann wird das Ganze einmal runtergeladen. Wenn ihr Firefox oder einen anderen Browser umkonfiguriert haben solltet, so dass der fragt, wo sollen wir das Ganze denn speichern, müsst ihr euch natürlich merken, wo das gespeichert wird. Und das ist so ein App-Image, also ein ausführbares Programm mit den ganzen Daten, die dazugehören, in einer Datei. Okay, jetzt haben wir das Ganze einmal runtergeladen. Das ist denn in meinem Downloads-Verzeichnis. Da gehe ich einmal auf diese Anwendung hier, das ist so ein Dateibrowser und einmal auf Downloads, Rechtsklick, Eigenschaften und jetzt muss ich noch sagen, dass ich das Ganze ausführbar machen möchte, denn ansonsten ist das eigentlich so nicht gewollt. Also ich muss sagen, das ist eine ausführbare Datei. Ansonsten meckert mein Desktop rum und will das nicht starten. Aus Sicherheitsgründen. Das ist auch vollkommen okay. Also Datei darf als Programm gestartet werden. Häkchen setzen, schließen. Jetzt hier Doppelklick drauf. Und schon startet der Heroic Games Launcher. Der informiert mich, was da gerade aktualisiert wurde. Ist natürlich nett zu wissen, aber wenn ich das das erste Mal starte, dann ist mir das auch erst mal so ein bisschen egal. Das Ganze kann ich auch noch ein bisschen einstellen. Einmal unter Settings kann ich schon mal sagen, dass ich eine andere Sprache möchte. Auf Deutsch finde ich es immer irgendwie ein bisschen schöner. Ich kann auch noch sagen, dass ich hier ein anderes Design haben will. Vielleicht auch Dracula. Keine Ahnung, warum nicht. Heute mal Dracula. Und was das Wichtige denn ist, wenn ihr schon ein Konto habt bei Epic oder bei GOG, dann könnt ihr euch natürlich anmelden, damit ihr eure Spiele auch benutzen könnt. Entweder ihr macht das über die Anmeldung von Epic. Das gibt auch eine Alternativmethode, die ich noch nie gebraucht habe. Also das erste hat funktioniert. Und bei GOG ist das genauso. Also einmal Epic Games Anmeldung draufklicken. Da ist so ein integrierter Browser drin. Und da gebt ihr Benutzernamen und Passwort ein. Und dann seid ihr auch damit verbunden. Also hier draufklicken. Und E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Ich habe das jetzt mal hier reingepackt. Ich verpixel das auch so ein bisschen, damit ihr nicht wisst, was für einen Account ich da habe. Und dann könnt ihr das Ganze merken lassen. Dann werdet ihr nicht bei jedem Anstart nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr jedes Mal das Passwort eingeben möchtet. Dann gehe ich auf jetzt anmelden. Da haben wir sich noch so ein blödes Catcherlösen. Irgendwas, was Hunde enthält. Also ich finde ja eigentlich nichts von dem ist ein Hund. Das sind alles irgendwelche generierten Dinge. Da ist eigentlich nicht ein Hund bei. Und wenn die Anmeldung doch endlich mal geklappt hat mit den ganzen Hunden und so, dann könnt ihr hier zur Bibliothek gehen und könnt das Ganze sehen, was ihr da schon gesammelt habt oder auch bezahlt habt. Und bei mir hat sich im Laufe der Zeit so einiges angesammelt. Und ich kann jetzt irgendwas davon nehmen. Klicke da drauf. Das hier zum Beispiel. Sage denn hier installieren. Dann kann ich noch mal sehen, in welchem Verzeichnis das Ganze installiert wird. Und dann wird auch mal ermittelt, wie groß das Ganze ist, wenn es runtergeladen wird. Und wie es installiert ist. Und dann sage ich hier installieren. Und dann läuft das soweit los. Genau. Und was ich auch noch dazu brauche, ist der Wine Manager. Ich brauche noch eine Laufzeitumgebung. Also im Moment habe ich noch keine auf meinem System installiert. Da gibt es zwei Geschmacksrichtungen. Da gibt es einmal Wine GE und Proton GE. Okay, normalerweise funktionieren beide. Und ich würde dann sowas nehmen wie hier Latest. Also immer das Neueste. Das lade ich dann auch noch mal runter. Das dauert auch wieder ein bisschen. Je nach Internetverbindung. Und ja, dann habt ihr es nach einer gewissen Zeit alles auf der Platte soweit drauf. Und wenn es dann soweit ist, könnt ihr es dann auch spielen. Und parallel hier unten steht auch, wie weit das schon installiert ist, dieses Spiel, was ich da angeklickt habe. Und parallel dazu wird mir meine Wine Umgebung heruntergeladen. So schnell kann es dann doch gehen. Also mein Wine ist jetzt installiert. Und die Größe ist hier fast 600 MB dafür. Und ich kann es auch hinterher wieder entfernen, wenn ich es loswerden will. Oder es gibt auch spezielle Versionen von Wine für, ja, also für, ich glaube, LOL. Sei es Leech of Legends oder Diablo 4 Beta. Aber normalerweise fahrt ihr mit so einer Variante mit Latest ganz gut. Dann zurück zu den Spielen, zur Bibliothek. Da habe ich mein eine Spiel hier. Da unten kann ich nochmal drauf gehen auf Einstellungen. Und da steht dann, mit welcher Wine-Version das Ganze ausgeführt wird. Und wenn ich jetzt mehrere installiert hätte, könnte ich mir da noch was aussuchen. Ich habe bloß eine installiert. Und von daher sollte das funktionieren. Ja, auch wenn ich nicht so unbedingt den ultimativen Spielekanal habe, also das ist für mich eher so ein Randthema, habe ich schon ein paar Videos dazu gemacht. Oder auch zum Teil zusammen mit Jean von Linux Guides. Wir machen eigentlich jedes Jahr zu Halloween so eine Spezialsendung, wo wir irgendwelche Gruselspiele spielen. Da gibt es ein Video zu. Könnt ihr mal gucken, was wir so 2022 getrieben haben. Dann für die TUX-Tage habe ich auch ein Video gemacht. Das ist deutlich ausführlicher als das, was ich jetzt so gezeigt habe. Da spiele ich auch mal ein paar Spiele an. Da könnt ihr auch mal reingucken. Der Link ist hier. Ihr könnt das Ganze auch finden, indem ihr unten auf die Videobeschreibung drauf geht. Und dort gibt es einen Link zur Seite, zu dieser Folge. Und da ist auch diese Folie oder alle Folien, die ich hier so im Video zeige, sind da drin. Und da sind natürlich auch Links drin. Dann habe ich ja noch mal ein bisschen Super-TUX-Kart gespielt. So ähnlich wie Super Mario Kart ist das bloß mit TUX, dem Pinguin, dem Maskottchen von Linux. Und Rigs of Rods habe ich auch noch gespielt. Und dann habe ich irgendwann auch mal Dave Gnukem gespielt. Für diejenigen von euch, die sich vielleicht noch an Duke Gnukem in der DOS-Ära, also bevor es 3D wurde, erinnern, da habe ich auch mir mal sowas angeguckt. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne da mal vorbei bei den anderen Sachen. Und ja, das wäre es dann auch für dieses Mal. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ihr habt was dazugelernt. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ihr wisst jetzt vielleicht so ein bisschen, wie ihr mit Linux auch spielen könnt. Und ansonsten hier abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.